Moin moin meine Freunde, da ist ja noch ein bisschen dauert, bis unsere Main Games ein Update bekommen und wir momentan echt im Content Loch stecken, habe ich mir überlegt, einfach mal wieder in Boardstars reinzugehen, spontan gestern, und das hat echt Bock gemacht. Deswegen gibt es jetzt ein kleines Video. Wir machen ein paar Quests, ich habe in Boardstars echt noch nicht viele Spielstunden, insgesamt glaube ich gerade mal 10 oder 11 oder irgendwie so, also wirklich kaum Spielstunden. Ich habe aber Bock, das Game ein bisschen zu lernen, wenn es mir Spaß macht, dann werde ich das jetzt immer so als Überbrückung spielen. Ich habe es ja schon mal mit Clash Royale versucht, da war ja so ein bisschen misserfolgt, weil ich das ja schon mal gespielt habe, und irgendwie, wenn du ein Game schon mal gut warst und es dann schlecht spielst, ja, das bockt einfach nicht. Aber in Boardstars war ich noch nie gut, also habe ich ein Ziel, wir gehen rein, viel Spaß. So sieht mein Account gerade aus, Freunde. Ich habe insgesamt 1171 Trophäen, habe diese Brawler, 12 von 55, ich habe vorgestern diesen Fang hier gezogen, der soll wohl ganz cool sein. Ansonsten bin ich eigentlich gerade nur dabei zu questen, öffnen wir mal direkt so was. Okay, keine Ahnung, ob das krass ist. Wir machen jetzt erst die Quest mit Jesse fertig und dann gehen wir rein in Barley, Shelly, Pull und Rico. Also da sind mächtig viele noch. Ja, weil ich möchte ganz viele Boxen öffnen, ich glaube nämlich, das bringt mir viel. Ich habe gar keine Ahnung, was ich sonst noch so machen kann. Ich spiele momentan nur Solo-Showdown-Modus, der macht mir am meisten Spaß. Lass uns einfach mal ein paar Runden zocken. Rein da. Ich will hier versuchen, mein Bestes zu geben. Irgendwie ist das das Game, was mir momentan, abseits meiner Games, am meisten Spaß macht. Oh, den muss ich mir holen. Ja. Sehr schön. Oh, der Gott, ich kriege ich. Ich habe einen Tra... Oh! Oha! Oh, ja, noch 50. Tschüss. Let's go! Oder nie. Nee, 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 nee. Na, lauf ruhig. Lauf! Dich kriege ich trotzdem. Dein Wasch gehört mir, Kollege. Oh, ich ziel wie... Ja, ich ziel wie... Ich ziel wie ein Idiot. Bruder, das war so ein Freak. Jetzt hat er wieder Full-Life oder was? Egal, die Zone kommt. Aber er hat eine Ulti. Ah, Schiss. Ich bin vielleicht nicht der Beste, aber ich habe Durchhaltevermögen hier. Ah, er will wahrscheinlich den Trank haben. Er will den Trank haben und er hat den Trank. Aber er hat nur vier. Ich habe acht. Im Prinzip gleicht sich das aus, oder? Gleicht sich das aus? Er macht doppelten Damage mit dem Trank? Irgendwas macht er. Er ist komplett lost. Er ist komplett scheiße. Da ist das Ding an. Habe ich in der Runde jetzt meine Quest fertig? Oh, ein Gegner zu wenig erledigt. Gut, dann müssen wir noch einmal ran, Freunde. Das ist so ein geiles Gefühl. Ich kann das Geschütz werfen? Wie kann ich das Geschütz denn werfen? Über eine Wand, okay. Ah, nee. Oh, Fettfinger. Leck. Leck. Wenn ich jetzt den Leck verliere, Alter. Ich glaube es nicht. Oh, er konnte sich healen. Oh, den mache ich mir. Den hole ich mir. Den brauche ich eh. Ich brauche einen Kill, damit wir die Quest haben. Oh. Ja genau, er schillte Busch. Er schillte Busch. Let's go. Doppelter Sieg. Siegesserie. Und noch Rang 8. Nächste Quest. Ist der gut? Ja, sehr schön. Entschuldigung. Oh, ich habe 8 Energie. Das ist eine 9. Das wird so ein Sieg. Das wird so ein Sieg, Freunde. First time mit Barley. Wo sitzt der in welchem Busch? Da. Es ist Karl. Es ist das Auto. Er hat auch 6. Da ist ein Trank. Aber ich glaube, ich brauche keinen. Let's go. Er sitzt so safe in irgendeinem Busch. Und wartet, dass mein Trank vorbei ist. Er macht gleich Geheimattacke oder so. Ich habe keine Ahnung, was er für eine Ulti hat. Da ist er. Da ist er. Den Trank kriegst du nicht. Ja, Digga. Let's go. Ist das geil. Oh, direkt ein Level höher. Gewinne 5 Kämpfe, gewinne 8 Kämpfe. Ja, easy. 8 Kämpfe gewinnen, machen wir. Hat er jetzt nicht... Ah, ich dachte gerade, er hatte einen Energie-Punkysnack. Oh, ein Leben noch. Ja, meiner. Er kommt. Ich bin eingekesselt. Ja, ich bin bei... Ja, Digga. Oh, Doppelkill oder was? Doppelkill oder was? Ne, gerade. Egal, dann mache ich den Safety. Oh, Gott. Dich hole ich mir. Ja, chill mal schön in deinem Busch und friss meine... Mein Saft. Oh, ich schau doch an. Ich schau doch an, Freunde. Und alle Kisten noch in der Mitte, ich glaub's nicht. Das sind sowas von unsere. Das sind so fett unsere. Ich könnte jetzt den Sack zumachen, aber... Wir holen uns erst hier auf ganz entspannt. Und drei Tränke. Die stacken sich, glaub ich, nicht, oder? Oh, nee, ich mach... Ich geh raus. Ich geh raus. Geh raus. Oh, er hat auch einen. Oh! Was ist das denn? Er ist im Busch. Er ist im Busch. Ich geh mit Ult rein. Ja. Schönes Ding in ever2fk. Aber geil. Sieg ist Sieg. Let's go. Was passiert, wenn ich hier drauf bin? Uh, das war ja mal ein übel nicer Move. Eben 5. Er hat nur 2. Ja, komm her. Ah, Schmutz. Let's go. Ich hol mir den... Ich hol mir Freakle. Uh. Weg, 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 weg. Uh, das wird so ein Abstauber. Das wird so ein Abstauber. Ja, in die Zone. Tschüss. Let's go. So. Dreimal noch gewinnen. Dann haben wir alle Quests mit dem Kollegen fertig. Wo chillen die? Ich sollte mit dem Fährenkämpfer nicht so durch die Büsche rennen. Da ist einer. Da ist einer. Ja, Kollege, ich nüsch. Dich kriege ich. Ach so, es ist schon... Wir sind nur noch zu zweit. Dann hab ich ihn ja voll. Er rennt ja maximal in den Tod. Warum macht er das? Let's go. Wem müssen wir jetzt questen? Wow, aber was für ein Vieh, Alter. Komm, den questen wir uns doch durch heute. Den questen wir uns doch durch. Die Quest sind nahe, ist der Land, ich die ein bisschen kennen, die Borla. Wow. Ah, was ist er denn, Alter? Er schießt mit Bälle. Oder die prallen von der Wand ab, oder was? Das sieht mir sehr geil aus. Ist zwar super mit... Oh, ich muss es zwar vollziehen. Das ist nicht so meins. Oh, er hat eine Shotgun. Das ist ja ungefähr. Uh, let's go. Den hole ich mir, das Auto. Das Auto hole ich mir. Was kann meine Ulti? Oh, das kann meine Ulti. Das war geil. Trotzdem. Ja, der hat das Spiel studiert. Wer ist denn nochmal, Karl, ne? Der ist hier mein Endgegner, aber die ganze Zeit schon. Geil. Ey, wenn ich den jetzt First Time spiele und direkt gewinne, dann bin ich einfach der beste Borla der Welt. Oh, nee. Wir sind hier zusammen mit einem anderen. Oh, das war die wichtigste Ulti überhaupt, Digga. Das war die wichtigste... Ah, nein, Digga, wo kommt die Erdung her? Er hat einen Bären. Ich habe nur eine Ulti, ich habe nur eine Ulti, ich habe nur eine Ulti. Wichtig! First Time! Und direkt eine richtig kranke Runde. Let's go! Weiter geht's, Chat. Oh, er hat eine AP, er hat eine AP, Digga. Er wird so krass. Buschcampen. Ich wusste es. Oh, das war knapp. Schönes Ding. Komm, Dankeschön, Kuss. Er hat locker mehr als ich. Er hat einfach fünf, wenn er die nimmt. Und ich komme hier nicht weg. Ja, perfekt. Kann er irgendwie... Er hat den gleichen Charakter wie ich. Ist ja maximals unfair. Können die auch die Tränke spawnen? Leute, er ist in der Zone. Ja, komm her, Kollege. Ah, der gehört perfekt. Let's go. Oh, ich bin schon wieder komplett im Sandwich drinne, Alter. Es ist schon wieder... Also, die andere Map fand ich irgendwie geiler, muss ich ehrlich sagen. Oh, let's go. Schön kill. Oh, das gibt einen Doppelkill. Wer ist er denn? Wer ist er denn? Oh, das ist nur eine Ulti von irgendwen gewesen. Kann auch sein. Oh, meine Ulti. Das war aber... Armsack, Haaresbreite, Digga. Oh, stabile Ulti. Let's go. Oh, wenn ich den jetzt noch kriege, das ist die krasse Ups-Runde, die ich jemals hatte. Ich bin voll nervös. Ich bin so nervös, Alter. Let's go. Wie viele Kills waren das? Ich habe einfach fast alle gekillt. Alter. Das war locker 5 oder so. Oh, war das stabil. GG, Freunde. Ulti, 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 Ulti. Oh, ich habe meine Ulti gefällt. Nein, er hat 70. Ja. Let's go. Ulti, 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 Ulti. Oh, die Ulti von dem Typen ist so geil. Ich frage mich immer, was smarter ist. Eher ein bisschen selber auch rum zu campen oder lieber den anderen zu suchen. Da ist er. Aua, ah, shit, Alter. Ich bin so lost. Wo hat der denn den Heal her? Oh, jetzt. Ja. Weiter geht's. Das ist das letzte Match jetzt. Wenn ich das gewinne, habe ich die Quest mit dem Kollegen fertig. Oh, Digga. Ich muss vierter werden. Aber erster werden wir natürlich lieber. Oh, was, 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 was? Oh, hier liegen gut viele Cubes rum. Ja. Oh, was ein Knecht, Digga. Oh, das wird doch ein Kill. Ich will den abstauben. Oh, jetzt bin ich der Knecht. Zwei Baller noch. Zwei Baller noch. Oh, jetzt bin ich wieder der Knecht. Den hole ich mir, den hole ich mir. Der hat zwar sieben. Ich habe aber auch sieben. So ein Ding ist das. Let's go. Damit haben wir die Quest mit einem ersten Platz geholt. Schönes Ding. Ja, meine Freunde. Ich habe zwar absolut keinen Plan von dem Spiel. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann würde ich das noch ein bisschen weiter zocken. Also mir macht es echt Spaß. Lass gerne mal einen Kommentar da. Vielleicht kaufe ich mir auch noch den Pass. Vielleicht gehe ich ein bisschen rein. Ich muss mal gucken, ob ich es schaffe, mich da ein bisschen reinzufuchsen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye. Euer Psy.